Herzlich willkommen bei einer neuen Spezialausgabe Corona Spezial von Auf dem Roten Stuhl. Wir haben ihn angekündigt, wir haben ihn versprochen, den dritten Teil. Und jetzt sitzen wir da. Servus Roland Thüringer, ich grüße dich. Servus Berner, zum Herbsttermin. Zum Herbsttermin. Weißt du, was ich heute beobachtet habe? Unser erster Termin war 20.03., der zweite war 20.04., 22.09. Genau. Der nächste 24.12., das wäre dann eine Klamourologie. Die Weihnachts-Ausgabe, gell? Ja, genau. Um 18.00 Uhr hast du da Zeit? Ja, genau. 24.12.18 Uhr ist, glaube ich, eine schöne Zeit. Schön. Haben wir alle Zeit. Kann man sich auch leicht merken können, nach der Bescherung. Und wir haben auch gesagt, bei den ersten beiden Teilen, wir werden quasi im Herbst einmal zurückschauen, was so passiert ist. Und auch da haben wir jetzt perfekt den Herbstbeginn erwischt. Also, man kann es nicht besser planen eigentlich, gell? Ja, wobei die Annahme war ja, dass wir auf etwas zurückschauen werden, was das Vergangenen ist. Aber wir sind ja mittendrin. Zum zweiten Mal fast gefühlt wieder mittendrin eigentlich, gell? Naja, gefühlt und real ist was anderes in dem Fall. Weil, ganz ehrlich, es ist ja Grund zum Feiern in Wirklichkeit, was das ganze Corona-Ding betrifft. Na schon. Was feierst du? Naja, dass alles gut ist. Ach so, so gesehen, ja. Gesundheitlich, auf der gesundheitlichen Ebene ist eigentlich wirklich, also wenn man sich die Zahlen jetzt anschaut, also wenn man sich anschaut, wie viel Tote es wirklich dann gegeben hat, das haben wir alles am Anfang nicht gewusst, wie viel Tote es wirklich gegeben hat bei uns, wie jetzt seit die Zahlen der wirklich Erkrankten zurückgegangen sind und der Verstorbenen, dass es eigentlich relativ stabil ist. Wir haben glaube ich jetzt, heute, wenn wir nachgeschaut, es sind glaube ich 360 Leute sind im Spital mit einem positiven Corona-Test, die wir halt die Behandlung brauchen, ein paar sind auf der Intensivstation und es ist in etwa, wir wissen ja, dass im Schnitt in Österreich 250 Menschen am Tag sterben. Das ist ein normaler Tag in Österreich, machen wir mehr, machen wir weniger, aber im Schnitt über das Jahr verteilt ist es das und ein halber Verstorbener gibt es zwar nicht, aber in dem Fall ist mit Corona jetzt rein, wenn wir die Zahlen her, 80 oder was sind Herz-Kreislauf-Fassagen und 60 sind mit Krebs und dann kommen halt andere Sachen dazu. Also eigentlich kann man da sehr zufrieden sein, dass es nicht so etwas Orges ist und nicht die Bevölkerung dahin rafft, wie wir geglaubt haben. Interessanterweise, das frage ich mich jetzt schon lang, wird ja jetzt über sechs Monate, also man kann umgerechnet mehr als 180 Tage sagen, einem täglich vorgerechnet, wie viele Neuinfizierte es gibt. Und ich bin ja mittlerweile so vom Gefühl her, ich frage mich, was sozusagen was mit dem Ganzen erreicht werden möchte. Aber ich glaube schon, dass eine gewisse Sensibilität jetzt in der Bevölkerung, die Angst schwirrt eh herum, es versucht sich eh jeder sozusagen daran zu halten, natürlich nicht jeder, aber... Das weiß ich gar nicht, ob sich jeder an irgendwas hält, also ich halte mich sehr wenig. Ich frage mich halt, wie lang rechnet man sozusagen der Bevölkerung, weil es ist eh jeder schon so, jeder hat so eine kleine graue Wolke über sich vom Gemüt her und... Naja, das Ganze ist ja sowieso so, jetzt nach einem halben Jahr, wenn man das von außen betrachtet, die können uns leider nicht von außen betrachten, weil wir ja mittendrin sind, also sollte es so etwas wie eine höhere Instanz geben, sei es jetzt außerirdisch oder der liebe Gott oder was auch immer, ich glaube, dass die im letzten halben Jahr einen ziemlichen Spaß mit uns haben und sehr viel lachen, was da jetzt alles passiert ist, in seiner Gesamtheit, ja. Also ganz nüchtern, was wissen wir jetzt, was wissen wir beide jetzt ein halbes Jahr später? Was wissen wir? Also was wir definitiv wissen, was wir am Anfang wirklich nicht gewusst haben bei unserem ersten Gespräch, was das Ding eigentlich ist, wie gefährlich das ist und ist es wirklich der Killer-Virus, ja. Jetzt wissen wir, glaube ich, definitiv, ich brauche nur die Zahlen vom Gesundheitsministerium mir anschauen, es ist kein Killer-Virus, also das kann man eigentlich wirklich nicht mehr behaupten, ja. Was ist es dann? Es ist, also, stell dir vor, die Welt wäre ein riesiger Supermarkt, ein riesiger, also ein unglaublich großer Supermarkt, das heißt, irgendwann geht man hinein, man geht beim Eingang hinein und dann geht man seinen Weg durch den Supermarkt, also es beginnt meistens bei der Obst- und Gemüseabteilung, dann kommen die Backwaren, so geht man halt, jeder kennt das, so mit deiner Einkaufswagen und dann füllst du immer Sachen in das Wagen, ja. Manche sind länger drin, manche kürzer, je nachdem, was du halt mitnehmen möchtest, ja. Und irgendwann einmal, meistens nach der Milchabteilung irgendwo dann, und nach der Gefrierwaren kommt der Kassebereich. Und jetzt stell dir vor, da sind so viele Kassen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ja. Und alle sind voll, angestellt, Menschen mit vollem Wagenprall und während du dort stehst, auf einmal hört man, was man oft im Supermarkt hört, eine Stimme, aus einem Lautsprecher, der sagt, heute Corona-Aktion. Du denkst dir, ah, und siehst, ah, ich habe mir ein Corona gekauft. Ja, das heißt, ich bin dabei bei der Aktion, das heißt, alle, die ein Corona im Wagerl haben, für die wird eine extra Kasse aufgemacht. Die kommen gleich dann. Das ist das, was Corona macht. Angestellt bei der Kasse sind wir alle irgendwann einmal, ja. Und jetzt war es halt so, dass manche vorgereiht wurden. Wir sind früher draußen aus dem Supermarkt. Und die anderen kommen auch raus, ja. Das ist es, was es ist. Man kann ja eh noch Arme sterben, ja. Und in dem Fall hat es halt einen Zeitpunkt bei manchen etwas nach vorne verschoben, ja. Ich nehme an, dass es jetzt im Herbst wieder so sein wird, dass, wie es immer ist, dass halt manche, bei denen die Uhr schon tickt, dass die wieder gehen werden. Ja, das ist im Winter halt einfach so, ja. Wir werden halt auch Corona-Tote sein, Influenza, Oberschenkelhalsbruch, andere Dinge. Und es wird wieder so sein, ja. Das ist eigentlich, das ist das, was das Leben eigentlich ist, ja. Und davor braucht man sich nicht fürchten. Und was ich, glaube ich, damals im zweiten Gespräch, über was wir gesprochen haben, war einmal unser Zustand zum Tod. Ja. Der absolut zu hinterfragen wäre im Allgemeinen, ja. Was das eigentlich für uns ist. Meistens darf man ja noch wegstecken. Und negieren und denken gar nicht dran. Wenn dann irgend so etwas vor uns steht, dann werden wir ganz unruhig. Und wenn man dann nicht jeden Tag Tote zählt, ja, dann tut das der Seele wahrscheinlich nicht gut. Ja. Und das nächste, Thema, über das wird auch im öffentlichen Diskurs nicht gesprochen, da fühlt es, wenn ich dann aus meiner Sicht das an einer falschen Ebene sehe, was ist Krankheit eigentlich? Was ist Krankheit? Und ich glaube, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, was ist das, dieses Corona, Covid, was ist das? Dann ist es etwas, was von außen in dich eindringt. Also es kommt eine Krankheit in dich hinein. Das ist das, was man glaubt. Und das gilt zu verhindern, dass diese Krankheit in dich hineinkommt, ja. Und jetzt behaupte ich einmal, du hast schon Covid-19. Ich habe vielleicht auch schon Covid-19. Wir wissen es noch nicht. Weil was ist das? Das ist ja nichts anderes, als eine Reaktion deines Körpers auf etwas, was von außen eindringt. Ja. Ich rede jetzt so goschert. Nicht deswegen, weil ich ein Experte bin oder Medizin studiert habe, sondern aus eigener Erfahrung. Ich habe vor zehn Jahren irgendwann einmal den Befund gesagt, ich habe Porelien. Und zwar schon sehr lange in meinem Körper. Poreolose. Das sind keine Viren, das ist etwas viel größeres. Das sind Bakterien, das sind Spirochiten. Das sind das, ja. Jeder dritte, vierte hat das. Also die Geschichte, die uns erzählt wird, ist, dass es von Zecken kommt. Mittlerweile, glaube ich, weiß man, dass es auch eine Geösenübertragung ist. Also das ist einfach etwas, was es gibt, was in dich eindringen kann. Ich habe einfach Beschwerden gehabt, Symptome. Und bei den Porelien ist es so, dass sie nicht ein bestimmtes Symptom machen, sondern es ist je nachdem, wo sie sitzen, wo sie einen schönen Platz gefunden haben, dort schaffen sie dann Probleme. Das kann von Knierschmerzen, Gleitschmerzen, Magenprobleme, ständiges Kopfweh, also Lunge, alle Möglichkeiten, bis dass sie wirklich umbringt. Das kann alles sein bei Porelien. Also ein anderer Freund von mir hat Porelien gehabt, der hat sogar Lähmungserscheinungen gehabt. Also das kann alles, je nachdem, wenn sie sich im Nervensystem festsetzen etc. etc. Und der normale Weg der Schulmedizin wäre gewesen, irrsinnig lange Antibiotika nehmen. Und da hat man Chance, dass die irgendwann verschwinden. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich in der Phase, wo ich darüber nachgedacht habe, wo ich das machen will, weil das eigentlich für mich normal keine Option wäre, sowas. Habe ich getroffen, den Konstantin. Das ist jemand, der Kuren begleitet, wenn Menschen eine Kur machen. Und der hat mir eigentlich beim ersten Gespräch vorhin das gesagt. Und das ist so in mir drinnen. Es ist scheißegal, ob du Porelien hast oder nicht. Wenn ich da jetzt mit dem Finger drüber fahre, habe ich jetzt am Finger alles das, was nicht in mich hinein soll. Alle Viren, alle Keime, alle Bakteien. Und hat so den Finger abgeschaut und gesagt, das ist vollkommen wurscht. Das Entscheidende ist ja nicht das, was in die eine kommt. Das ist nur der Auslöser. Das Entscheidende ist, dein Körpermilieu, deine Körpersäfte, wie die beieinander sind. Ein gutes Körpermilieu hat mit diesen Sachen keine Probleme. Das Arbeit ist weg. Das heißt nicht, dass das keine Porelien reinlöst. Die lässt sich sogar drinnen, wenn sie genau in dem Maß vorhanden sind, wo sie nicht stören. Und das Service-Bären-Virus auch. Das heißt, die Krankheit an sich, die wir Covid-19 nennen, ganz egal, wie wir die anderen Krankheiten nennen, das ist nur eine Reaktion meines Immunsystems auf etwas, was von außen kommt. Und das ist nicht etwas, was in mich einträgt, sondern das ist etwas, was ich mir ganz lange erarbeitet habe. Bei mir war es im konkreten Fall, ich habe einfach viel zu viel Eiweiß in meinen Körper drin gehabt. Ich habe eine Zeit lang Kraftspurt gemacht und da hast du halt viel Eiweiß. Da gibt es diese Eiweißshakes zum Trinken und weißes Fleisch muss man essen und Fisch muss man essen, weil die Muskeln brauchen Eiweiß und so. Das habe ich über viele Jahre gemacht und Eiweiß ist etwas, was der Kerper hat. Nur wenn ein Haar über die Haarnsäure los wird, wenn man das nicht mehr schafft, lagert das mal ab. Bei manchen Menschen wird das dann ein Gicht. Die haben ja nur ein Gicht, die ein Gicht haben. Bei den meisten wird es ein Herzinfarkt oder ein Schlager, wenn man das in die Arterien anlagert, das klumpert dann irgendwann einmal, machen sie zu und dann kannst du was haben. Und das war eigentlich der gesagt, ich brauche mich nur anschauen, wie sie ausschauen. Sie haben einfach viel zu Eiweiß gefressen und das muss raus sein. Und dann habe ich zwei Jahre lang eine Entgiftungskur gemacht. Das heißt, was ich gemacht habe, ich habe meine Körpersäfte gereinigt. Das ist ein langer Prozess. Da muss man sehr viel Geduld mitbringen. Ja, da muss man sehr viel Geduld, sehr viel Willen mit sich bringen, einiges über sich ergehen lassen und nach eineinhalb, zwei Jahren waren sie wegdepuriert. Ich habe nichts genommen. Ich habe nur meine Körpersäfte verändert, über das Milieu verändert, so dass ich die schlechten Dinge nicht wohlfühlen. Und wenn man die Menschen so anschaut, wie sie aussehen, wie sie sich bewegen, was sie essen, mit was für Umweltgiften sie belastet werden, teilweise unfreiwillig, weil das einfach da ist, dann Dinge, die man sich bewusst zuführt, dann arbeite ich daran, dass ich irgendwann einmal schwer krank werde. Und dann braucht es nur mehr einen Auslöser. Bei manchen ist es vielleicht dieses SARS-Virus. Das ist etwas anderes. Aber das, was die Kranke dann ist, ist nicht ein Schicksalsschlag. Da gibt es sich vielleicht auch genetische Sachen. Aber in der Regel, in unserer Zivilisation, wo wir nicht am Mangel sterben, sondern am Übermaß sterben in der Regel. Und das ist so, weil Herz-Kreislauf-Erkrankung ist Todesursache Nummer eins. Und das kommt nicht daher, dass du eine Krankheit hast. Das hast du dir erarbeitet. Das muss man schon dazu sagen. Und darum habe ich vielleicht durch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, für manche eigenwilligen Zustand zur Krankheit an sich, da war das mit dem Covid für mich. Oder halt, ich habe eh ein Immunsystem. Und über das wird leider nicht gesprochen. Ja. Was mich auch so die ganze Zeit beschäftigt, ist auch in der Kommunikation der Bevölkerung gegenüber, ich finde, man sollte jetzt dann auch irgendwann in die Richtung umschwenken, dass man sagt, hey Leute, es wird diesen Tag X, wo das erledigt ist und alle wieder jubelnd sich in große Menschenmengen begeben können, den wird es ja nicht geben. Das wird Teil unseres Lebens jetzt die ganze Zeit sein. So ist es immer wahr, sind solche Dinge Teil des Lebens. Genau. Aber ich finde, in der Kommunikation fehlt es da irgendwie noch, oder? Also das ist bei jeder Wort so auf den Tag, wo irgendwer sagt, ja, wir haben es hinter uns, aber das wird es ja, ich meine, okay, jetzt gibt es natürlich die Impfung und so weiter, nicht? Aber... Ja, lieb. Aber du hast vollkommen recht, das ist so. Die Frage ist, nicht, wann verschwindet Covid oder wann mutiert etwas anderes, sondern wann redet man nicht mehr drüber? Ja. Wann ist der Virus im Kopf weg? Ja? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Man könnte wirklich ganz diese Zahlen, die sie uns täglich liefern, auch vollkommen nüchtern bringen. Und da sind wir, glaube ich, bei einem wichtigen Thema, über das ich gerne heute Abend mit dir reden werde, über die Form der Kommunikation, wie das kommuniziert wird. Ja? Und ich wollte noch sagen, noch zwei Sachen zum gesundheitlichen Aspekt. Also was wir wissen ist, dass es kein Killer-Virus ist, das wahllos Menschen umbringt. Das waren also die ersten Bilder, dass in China Menschen auf der Straße einfach umfallen sind tot. Ja? Also so ein Zombie-Apokalypse, das ist überhaupt nicht der Fall. Also das müsste eigentlich jeder verstanden haben. Ja? Das Zweite, was wir wissen, das ist auch eine wahnsinnig positive Nachricht. Es ist nicht so ansteckend, wie am Anfang geglaubt wurde. Da gibt es Beweise. Ja? Es war im Juni, war eine große Demonstration mit 50.000 Menschen, Black Life Matters, da waren 50.000 Menschen auf der Straße, wo noch das Corona-Ding richtig frisch war. Ja? Und nachher ist kein Anstieg der Krankenhausbelegung hat stattgefunden. Ja? Sogar in Berlin, wo vor, das war glaube ich Ende August, hunderttausende Menschen, bewusst ohne Masken, eng zusammen. Es gab keinen Anstieg. Also wir können sagen, super, danke, ja, dass ich das gemacht habe. Weil jetzt wissen wir, es ist gar nicht so schlimm ansteckend. Wir brauchen uns nicht fürchten, wenn wir auf die Straße gehen. Da frage ich mich dann immer, ob eine Däse dann ansteckend, dann wie das dann immer passiert, so, gell? Na, das passiert, du steckst dich ja pauslos mit etwas an. Also wir zwei sind jetzt sicher mit ganz vielen Sachen angesteckt. Also sprich, es ist etwas in uns drinnen, was nicht hineingehört. Ja? Das ist immer. Und immer alle unsere Immunsysteme und alle daran das aussetzen können. Also du kannst dich pauslos als Lebewesen in einer Umgebung, wo andere Lebewesen auch ihren Lebensraum haben, kannst du dich mit etwas anstecken. Das ist so, das war immer so und das ist so. Was noch total anders ist, und ich glaube, das ist auch was, über was man reden sollte, was auch... Also darum, Kommunikation, über was wird jetzt gesprochen? Und es wird eigentlich von Anfang an das Gleiche gesprochen. Ein Wettbewerb der Toten. Am Anfang war es ein Ländermatch, ein großes. Du erinnerst dich, wo es diese, wie viele die Schweden haben, so viele die Amerikaner haben, so viele die Kinder führten, ja, nur Tote und Erkrankte zählen, ja. Momentan haben wir so, ich rede jetzt von Österreich, haben wir halt so ein Bundesländermatch jetzt. Das sind auch politische Hintergründe, warum das so ist, wenn Wien es war, etc. Jetzt spielen schon ganz andere Sachen auch mit. Also das war von Anfang an so und das bleibt so. Aber man geht in eine andere Richtung im öffentlichen Diskurs. Und weil es so viel möglich wäre, dass man wirklich sprechen könnte. Wichtige Sachen, die den Menschen helfen würden, aber man will den Menschen offensichtlich nicht helfen. Und ich weiß nicht warum. Das verstehe ich nicht. Eine gute Nachricht noch von der Gesundheitsseite her, das war jetzt vor ein paar Tagen quasi im Standard und in der Presse, in der Presse war ein Artikel darüber, dass man jetzt, also die Wissenschaft wieder einmal hat erkannt, dass es sehr wohl, dass der Körper eine Immunität aufbaut. Weil das war ja ein großes Thema, dass wir es zweimal hinterher erklären, beim zweiten ist es viel, viel schlimmer, etc. Also es verholt sich eigentlich so, wie es halt bei einem Grippevirus auch ist, was ich dem Artikel entnommen habe, dass zuerst einmal eine Immunreaktion da ist. Ja, die kann so oder so heftig sein, je nachdem wie du beieinander bist. Ja. Man mache, ich spiele gerade zwei Tage Hals kratzen, ein bisschen die Nase rinnt, das bemerkst du dann nicht einmal. Ja, bei manchen ist es halt vielleicht so, dass sie wirklich ein paar Tage das Bett hüten müssen, man gibt ein bisschen Heilka-Fieber, manche haben dann so Fieber, dass sie Angst haben und in das Späto eingegangen. Ja, und je nachdem, es ist immer je nachdem, wie schlechter dein Körpermilieu ist, so ist die Reaktion. Ja. Also das verholt sich eigentlich wie eben eine Infektion mit einem Influenza-Virus. Im Prinzip auch von dem, was dann ausgelöst wird. Ja. Und da weiß man, du bist dann nachdem das Immunsystem, was es gemacht hat, was du Antikörper und bist eine Zeit lang immun. Und das lässt dann wieder nach. Ja, darum kann man ja Verkühlung oder irgendwas immer wieder kriegen, weil sich die Dinge auch verändern. Also das ist auch normal. Und es ist sogar so, dass man es einmal gehabt hat und das Immunsystem ist schon wieder nicht mehr ganz so in Bereitschaft dafür und es kommt wieder, kriegt man es vielleicht wieder, aber vielleicht nicht mehr so. Also das ist so, das ist das, was ich jetzt den offiziellen Quellen, denen man vertrauen muss, weil es ja nicht irgendwelche Fakenuss sind, sondern das, was da gestanden ist. Und das ist eigentlich eine wahnsinnig gute Nachricht. Und darum verstehe ich nicht, warum wir alle in so einer Stimmung sind momentan. Ja. Hast du nicht das Gefühl, dass diese positiven Nachrichten dann jetzt doch vielleicht in der Bevölkerung sich auch ein bisschen entspannend auswirken, oder? Ich kann nicht, das kann ich nicht sagen, ich kenne die ganze Bevölkerung. Ja, ist klar. Aber so ein bisschen im Umfeld von dir. Ja gut, das ist ein interessantes Thema. Wir alle, du und ich, wir haben viele Dinge jetzt gelernt und kennengelernt und erfahren dürfen in dieser Zeit. Also insofern war es ja gar keine schlechte oder ist keine schlechte Erfahrung, für mich zumindest. Man hat das nähere Umfeld ein bisschen kennengelernt. Also die Menschen, mit denen man normalerweise im Normalbetrieb zu tun hat, wenn alles gut ist. Wo man sich so grundeinig ist. Familie, Freunde, Kollegen im Beruf wahrscheinlich, Menschen, die man so auf der Straße trifft, in Geschäften, die Verkäufer, Kölner. Also so Menschen, mit denen man halt im alltäglichen Leben zu tun hat, die hat man jetzt kennengelernt. Auf eine neue Art. Auf eine neue Art. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Bei mir war es so, dass ich bei Mauchen mich schon sehr gewundert habe. Was da jetzt plötzlich ist, dass die wildesten Hunde auf einmal Panik gehabt haben. Et cetera, et cetera. Und was, glaube ich, in jedem wirklich sozialen Netzwerk, also wo man wirklich miteinander zu tun hat, nicht die virtuellen sozialen Netzwerke. Ich glaube, dass man in jedem jeder Überraschungen erlebt hat und in jedem dieser wirklichen sozialen Netzwerke diskutiert wurde. Es gelingt kaum, sich mit Freunden zu treffen oder irgendjemanden, den man länger nicht gesehen hat, ohne dieses Corona-Thema zu streifen. Also es hat eine irse gemacht bekommen, dieses Thema. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Darum habe ich gesagt, da muss es jetzt irgendjemanden hoffentlich geben, der sich furchtbar über uns anhat, den Sinn verstehen. Warum das so ist. Warum machen wir das so? Warum lösen wir dieses Problem? Was natürlich ein gesundheitliches Problem ist, so wie alles andere auch Anzeiger. Warum lösen wir das so? Ich verstehe es wirklich nicht mehr. Also irgendwann bin ich ausgestiegen. Man dachte, okay, am Anfang haben wir noch gesagt, wie du dich erinnerst, alles, was die am Anfang gemacht haben, ist vollkommen erklärbar und verständlich gewesen für mich. Das heißt, Panik, Kleinhirnmodus, Flucht, Angriff, Totstellen. Man hat sich für den Angriff entschieden. Das heißt, alles, was es gibt, alle Geschütze feiern gegen das Virus. So verrückt das auch ist, es war trotzdem zu verstehen. Irgendwann einmal, jetzt, wie kommen wir aus der Nummer raus? Und jetzt bleibt es alles drauf. Gerade wieder wird der zweite Lockdown subtil angedeutet, die ganze Zeit. Ja, ja. Ja, und ich glaube, das hängt jetzt, also ich glaube, ich versuche zu verstehen, womit kann das zusammenhängen. Und im Prinzip mit dem Sel, mit all den Dingen, wo alles andere auch zusammenhängt. Nämlich Abhängigkeit von irgendetwas. Gestern habe ich Blumen gekauft, wenn wir auf Besuchern haben, haben wir Blumen mitgebracht, Blumengeschäft, ja. Und meine Frauen, die sind einfach so reingegangen, so das und das, wo immer. Und der Herr, hinter der Pudel, ganz ein netter Bursch, ja, vernünftiger, hat halt so ein Schild gehabt, wer das halt als Arbeitsbekleidung jetzt trägt, ja. Er hat kein Wurzgesagt. Irgendwann sagt er, ah, es ist eigentlich bei uns Maskenpflicht, so ganz so leise, es ist Maskenpflicht bei uns. Da haben wir, aha, okay, ja, gut. Ja, es ist, ihr ist eh wurscht. Aber wann wer kontrolliert? Also was jetzt kommt, ist nicht die Angst vor dem Virus, vor einer Erkrankung, oder dass ich jemanden anstecke, sondern die Angst vor der Strafe. Ja. Und da sind wir jetzt wirklich an einem Punkt, das ist ziemlich heftig. Ja, ja. Mit vielen redet man, die reden so im Zweiergespräch, so sind auch hinter Fragen, aber würden das niemals laut sagen, das macht mir Angst. Und die sind das Problem. Die alle sind das Problem. Also wir haben, weil, also es ist, glaube ich, offensichtlich, es gibt jetzt genau zwei Fraktionen. Aha. Maske oder nicht Maske, nein, ich sehe es jetzt einmal. Ja, nur damit es einen Namen hat. Ja. Maskenbefürworter, Maskengegner. Ja. Und das ist ja kein neues Phänomen. Das beobachtet man jetzt schon seit einiger Zeit. Nur es ist am Anfang so subtil im Hintergrund gewesen und hat eigentlich nicht die breite Bevölkerung betroffen. Aber es war schon immer so da. Also mir ist das das erste Mal aufgefallen, Anfang der 90-Jahre, wie der Jugoslawienkrieg war. Wie der Herr Handke gemeint hat, na ja, es sind nicht nur die Serben die Bösen. Das war das Einzige, was er eigentlich damit sagen wollte. Dass offenbar das Narrativ war, die einen sind die Bösen in dem Konflikt, die anderen sind die Guten. Und das hat irgendwer von oberer Stelle entschieden, oder hat man es gemeinsam entschieden und dann war das so. Ja, das haben wir so mitbekommen. Und wenn einer was dagegen gesagt hat, den Herrn Handke haben sie jetzt noch, wo er den Nobelpreis gekriegt hat, da haben sie ihn noch niedergekriegt wegen damals. Ja, hast du das mitgekriegt, die Journalisten. Also da hat so ein Mechanismus schon angefangen, dass man diese Meinung nicht haben darf. Dann ist es weitergegangen bei 9-11. Wenn du das hinterfragt hast, öffentlich, warum es dann eigentlich in so einem Land wie Amerika die beste Luftwaffe der Welt hat, das weiß man. Und jede Luftwaffe ist so aufgestellt, dass wurscht wo in deinem Hoheitsgebiet irgend so ein Vorfall ist, dass du bei einem Flieger nicht weißt, was der will und was der macht, innen von 10 Minuten ist da eine Kampfschätzung. Das ist so aufgestellt. Und das ist nicht passiert. Dann fragt man sich, warum? Hat mir das passieren lassen? Oder haben die Mittagspause gehabt, die Kampfschätzung oder was auch immer? Es sind viele Fragen aufgedacht. Das wäre der normale Prozess, dass man über sowas dann spricht in der Öffentlichkeit. Und da ist von vorn an der Deckel draufgelegt worden, ein Ideal, wer da irgendwas sagt, dass es nicht so ist, wie es wir erzählen, wird niedergekackt. Das ist passiert. Also meine Erfahrung war, das war nicht einmal Maskenpflicht oder nicht. Also Maskenfürworter oder Gegner, sondern bei viel kleineren Fragen ist man schon irgendwie komisch angeschaut. Aber jetzt wird es ganz, ich glaube, dass das wächst. Dass es jetzt irgendwie wächst. Dann war ein zweiter Irakkrieg, wo die Behauptung, der hat Massenvernichtungswaffen. Wir müssen den niederhalten. Und das war auch das, was klar war. Und man hat gesagt, nein, muss man das wirklich einfallen? Nein, nein. Das ist durchgezogen worden. Nachher hat sich dann der Paul, der damals diesen Kampfstoff hergezeigt hat, Immunusicherheitsradio, gesagt, sie haben es jetzt, sie wissen, sie hat es. Das war alles ein Blödsinn. Haben wir gar nichts mehr gehabt. Man weiß, dass er das nicht gehabt hat. Es ist wurscht. Das nächste große Thema war die Finanzkrise, die Eurokrise. Und da war auch so eine Spaltung. Also die, die probiert haben, irgendwie wie die Griechen zum Beispiel ein Referendum zu machen, blitzartig niedergehakt. Das nächste war dann die Migrationswelle, die kam. Da war es dann bei uns auch schon spürbar, diese Spaltung. Entweder du bist für uns oder gegen uns. Wie kommt es denn so weit, dass es so weit kommt, dass in der Mitte kein Diskurs mehr passieren darf? Also meine Vermutung ist, alles nur eine Vermutung ist, dass wir irgendwann einmal, und da sind wir jetzt beim Thema Kommunikation, die Kommunikation, die sachliche, nüchterne, inhaltlich bezogene Ebene verlassen hat und es ein einziges Ziel gibt, zu emotionalisieren. Weil solange ein Mensch etwas nachdenkt, handelt er ja meistens nicht. Handeln tut er, wenn er emotionalisiert ist. Das erkennst du auch. Darum habe ich damals mein Projekt GILD auch gemacht, um das irgendwie zu thematisieren für mich. Wie Wahlwerbung gemacht wird. Da geht es nur um Emotionalisierung. Du musst die Person, die dann in die Wahlzelle geht, so weit haben, dass sie niemand von da entscheidet, sondern das Kreuzl macht. Das ist eine emotionale Entscheidung. Das heißt, du musst die Leute emotionalisieren. Wenn du Produkte verkaufen willst, musst du die Menschen dafür emotionalisieren. Es macht keinen Sinn mehr, so wie früher, wenn du ein Auto verkaufen wolltest, hast du über die technischen Fahrzeuge des Fahrzeugs einen Werbespot gemacht. Ich kann mich erinnern, dass es diesen Citroën eine Hydrofederung gab. Die haben keine Federn gehabt, sondern das ist alles mit Flüssigkeit gegangen. War sehr anfällig, aber das komfortabelste Auto der Welt, ein Citroën. Da hat es eine Werbung gegeben, wo man sieht, es ist so eine Situation mit zwei Raden auf einem Baungläs in der Mitte, wo die Schwöller sind, und mit einem anderen Raden außerhalb. Und drinnen sitzen die Leute und merken das nicht einmal. So hat man eine technische Innovation beworben. Wenn du dir heute eine Auto-Werbung anschaust, da wird nicht geredet, wie viel PS hat das, was für einen Motor hat das, was für ein Fahrzeug, was für Bremsen. Du siehst irgendwas, irgendwelche wunderschönen Bilder, in eine glückliche Familie, die durch eine Stadt fahren, vorne über eine Brücke, dann springt ein Wal über das Auto drüber, und auf einmal sind sie in der Wüste, dort packen sie an die Paddel aus, gehen am Bau fahren, vollkommen gaga, und irgendwann steht dann Ford oder VW. Da geht es nur um Emotionalisierung. Und das wird in allen Bereichen durchgezogen, dieses Emotionalisieren. Bei Corona kann ich es ja nur verstehen, weil da geht es um Gesundheit und vermeintlich Leben oder Tod. Wie uns am Anfang ja quasi. Da verstehe ich ja noch irgendwie, dass es so emotional wird. Nein, nein, nein. Die Berichterstattung darf nicht emotionalisieren. Ein Beispiel dazu, wenn man das vor 14 Tagen oder was jetzt gewesen sei, leider bin ich noch immer so blöd. Das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich diese Kisten aufmache und mir manchmal auf OEFAT irgendwas ausschauen, weil ich einfach das weiterverfolgen will, wie es weitergeht. Aber der Endeffekt ist nur, dass ich mich meistens dann so ärgere, dass ich mir denke, das glaube ich doch nicht. Was sind denn das für Menschen? Da war auch, du weißt ja, bei OEFAT sind das ja Rubriken. Immer Wirtschaft, Covid-Inland, Covid-Ausland. Genau. Und dann ist eine Science. Und da war auch so eine Zeile, da war in fetten Lettern geschrieben, Covid-19, Spätfolgen für Lunge und Herz. Und dann ist es gerade die Universitätsklinik Unimed Innsbruck, Hardcore, und dann Punkte, 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 Lesen Sie mehr. Und auf Lesen Sie mehr drückst und dann den ganzen Artikel durchlässt. Dann steht, dass die wirklich eine Studie gemacht haben über Spätfolgen, dass es natürlich noch eine Intensivstation aufwendet gibt. Klar, wenn du da mal intubiert bist, dann hat es Spätfolgen, das ist keine Frage. Und was auffällig ist, hauptsächlich die Spätfolgen bei übergewichtigen Personen und bei Rauchern. Das haben die festgestellt. Und jetzt ist das meine Frage. Wenn das so ist, wenn ich den ganzen Artikel kenne, und ich bin die Person, die verantwortlich ist für diese fettgedruckte Überschrift, was bringt mich dazu, dass ich nicht schreibe, Covid-19, Spätfolgen bei übergewichtigen und Rauchern, und schreibe, Spätfolgen für Lunge und Herz. Das ist eine ganz andere Information. Mache ich das, weil ich schlichtweg beperrt bin? Mache ich das, weil ich bösartig bin, weil ich jemandem Angst machen möchte? Mache ich das, weil das befohlen wurde von jemandem über mir? Geht es um Aufmerksamkeit, das ist ja auch bei Schlagzeilen natürlich. Ja, aber es ist Schlagzeilen, es ist trotzdem. Es ist aber ein ganz anderer Inhalt. Es bewirkt bei dem, der es liest und sich nicht die Mühe macht, lesen Sie mehr. Und darauf bauen sie, dass kein auf lesen Sie mehr geht. Dass man schon mit dem zufrieden ist. Und da gibt es aber eine Person. Das ist nicht ein System, was das entscheidet. Kaputt. Da gibt es eine zuständige Person. Wer immer das ist. Ich kenne diese Person nicht, aber ich verachte sie zutiefst dafür. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist einfach Scheiße. Weil das befeuert genau das, über das wir jetzt reden. Und das passiert pausenlos. Im Sprachgebrauch überall. Wie gesagt, bei der Migrationsgeschichte hat sich diese Spaltung schon so richtig, das war dann sehr deutlich. Weil da hast du ja nichts mehr nüchtern sagen können. Du hast nicht sagen, na ja, schon, aber. Nein, warst schon auf der anderen Seite. Das ist niedergehackt. Klima, genau das gleiche. Klimadebatte. Also wenn du sagst, na ja, CO2 schon, aber wir haben auch andere Probleme. Jetzt Wasser, Qualität etc. Da bist du ein Klimaleugner. Und jetzt ist es wirklich, jetzt ist es so, dass es komplett zwei Fraktionen gibt. Und man sieht sie auch noch. So hast du es ja nicht gesehen. Das ist der Unterschied bei der Maske. Du siehst es. Wie sich einer verhält. Weil sie waren auch nicht, weil ich wieder bin da jetzt, du bist hinten im Bezirk runtergegangen. Wenn man mehr auf der Straße geht, mit diesem Schirmerl, auf der Straße, alleine, da brauche ich nichts mehr dazu sagen. Da ist für mich gesagt, okay, da kann ich jetzt eigentlich nicht mehr mit. Also da ist wirklich was sehr, sehr Massives. Aber nicht wegen, das habe ich ja gesagt damals im ersten Gespräch, das Corona ist nur die Zündschnur vielleicht, das Pulverfass haben wir schon längst gebaut. Und das bläht sich meistens immer noch mehr auf und ich weiß nicht, wo das hingeht. Also jetzt bin ich an dem Motto, ich ein ungutes Gefühl kriege. Weil am Anfang haben wir gesagt, okay, noch ist das halt. Aber jetzt spitzt sich so zu momentan, wie wir miteinander umgehen. Ein Freund von mir, der ist auf Post gegangen, also so ein Postpartner am Land, und die ist halt ohne der Maske, das war noch lange, jetzt vor dieser Verschärfung der Maßnahmen, ist dort reingegangen, weil er hat sich den Pullover so aufgezogen, weil er diese Maske nicht gekauft hat, der Postl dann bei der Tee rauszutreten wird. Echt? Ja, also es ist eine derartige Hysterie da, das ist unglaublich. Und das ist, also das bedeutet, glaube ich, nichts Gutes. Und das tut niemand, um zu deeskalieren. Also ich merke es nicht, es wird noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber ist es sozusagen die Angst, vor einem Fehler einzugestehen, oder vor dem Zurückrudern, oder wie könnte man sich sowas erklären? Ich glaube, momentan ist das ein Selbstläufer. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt noch wer, ich weiß ja nicht, vielleicht setzen Sie die Wiki immer zusammen, die uns dann die Botschaft verbringen, was das Nächste zu tun ist, und überlegen Sie genau, was, was, warum, oder ist das jetzt das eine bedingt das andere? Weil jetzt ist die Corona-Pandemie, ich rede jetzt von Österreich, die Corona-Pandemie ist ein politisches Thema und kein gesundheitliches zurzeit, überhaupt nicht, jetzt geht es um Ampelfarben, wer hat welche Farbe, eigentlich ist es wurscht, was für Farbe, es ist vollkommen gaga. Es werden natürlich viel sagen, ja, aber die Zahlen steigen ja permanent. Welche Zahlen? Die infizierten Zahlen, ich weiß auch, was du hinaus willst. Nein, die positiv getestet. Ach so, ja, ja, positiv getestet. Positiv getestet, ja, das ist, über diese PCR-Test, da kenne ich mich auch nicht aus, ich kann nur nachplappern, was die einen sagen, was die anderen sagen, ja. Und was mir schon auffällt, es gibt ja mittlerweile immer mehr, auch Ärzte, Epidemiologen, Virologen, die wirklich vom Fach sind, die auch sagen, Freunde, jetzt einmal langsam, ja. Kommen wir wieder runter, betrachten wir das nüchtern, so schlimm ist es nicht. Die gibt es ja, ja, die kommen aber erstens mal kaum zu Wort, außer nur bei speziellen Sendern, aber sonst nicht. Also die werden wirklich, da wird wirklich, das ist eigentlich Meinungsfaschismus, also arg, wir sind in einer Demokratie und gewisse Meinungen werden nicht zugelassen, weil sie nicht vorkommen dürfen. Das ist eigentlich wirklich arg. Wenn man denkt, bist du teppert, hätte man nicht gedacht, dass das so leicht geht, das geht sehr leicht, aber offenbar. Aber es kommen immer mehr, die sagen, nein, so ist ja das nicht, und schon, aber scheißt sich nicht so viel an, wir haben das im Griff, das wird uns immer begleiten, etc., etc. Das gibt es ja schon, es kommen ja schon Leute, aber vielleicht sind es noch zu wenig, ich weiß es nicht. Wie bin ich jetzt auf das gekommen? Jetzt habe ich meinen Foden verloren. Ja, die PCR-Tests, genau, das war's. Da käme ich mir da aus, ein paar sagen, gar nichts, die sagen einfach PCR-Tests. Wir haben so viele, die erklären auch nicht mehr, was das ist, und dann gibt es welche, die sagen, naja, aber beim PCR-Test ist es so, es gibt eine Fehlerquelle von 0,5 Prozent, das ist nicht viel, das ist wirklich super. Ja, 0,5 Fehler, das ist bei irgendeinem Testverfahren, das ist ein Streuung, was normal ist. Nur wenn es 200.000 Tests ist, kannst du es ausrechnen, hat es schon etliche Positive wieder dabei. Und wenn es die dann, schon wieder mehr Positive. Dann könntest du mit den Fehlern, mit den Fehlern vom Test, könntest du wieder die Zahlen rauf. Das würde jetzt niemanden in die Schuhe schieben, dass man das absichtlich macht, aber es kann passieren. Es gibt da welche, die sagen, ganz am Anfang hat ein deutscher Lungenarzt gesagt, der ist zu sensitiv, der misst ja was anderes. Der misst ja Spuren. Und ganz ein deppertes Beispiel. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten eine Häufung von älteren Menschen oder auch von Potschaden, die stürzen beim Gehen und sich den Oberschenkelhals brechen. Das ist ein normaler Prozess bei alten Menschen, das kann passieren. Ein Sturz, wenn einem dann nichts passiert, Oberschenkelhals gebrochen, dann kommt die Person ins Spital und kommt nicht mehr aus dem Bett raus. Und wenn man die liegt, irgendwann einmal gibt das System dann auf. Und das ist dann meistens die Lunge. Jetzt kann man sagen, okay, Stolpern ist gefährlich. Stolpern kann gefährlich sein. Wenn ich so alt bin, dass meine Knochen leicht brechen, in den Alpen auf einem Steig, auf einem Klettersteig, kann Stolpern auch sehr gefährlich sein. Es gibt viele Bereiche, wo Stolpern wirklich gefährlich ist. Wenn man irgendwo oben auf einem Dach arbeitet, als Dachdecker, kann Stolpern sehr, sehr gefährlich sein. Für ein kleines Kind, was auf der Wiese rennt, ist Stolpern Normalität. Das ist nicht gefährlich. Also Stolpern ist nicht gleich Stolpern. Und was wir jetzt machen, wir gehen her und fangen an zu zählen, Stolpern. Schüttel sind wieder mehr gestolpert. Wahnsinn. Drei Kinder sind wieder gestolpert. Und dann gibt es eine Schuhpflicht, man muss spezielle Schuhe anziehen oder man darf nur ein gewisses Gehtempo mehr gehen, um das Stolpern zu verhindern. Aber so empfinde ich das jetzt, was mit diesen Zählen von diesen positiv Getesteten gerade passiert. Jetzt kann man sagen, gut, Stolpern ist nicht ansteckend. Gut, okay, wenn Stolpern nicht ansteckend ist, fällt mir gleich was anderes ein. Das, was wir als Virus bezeichnen, sieht aus, dass es von außen in uns eindringt. So sind wir d'accord, oder? Das kommt von außen, dringt in uns ein, kehrt dort nicht ein. Genauso wie wir Viren haben, die vielleicht in der Lunge sind oder in der Leber oder in der Blutbahn, gibt es auch Viren, die wir im Kopf haben. Das haben wir im ersten Teil des Gesprächs besprochen. Einer dieser Viren, die wir in den Kopf gesetzt bekommen, also es ist ansteckend, ist Alkoholkonsum. Wenn du in Österreich aufwachst, hast du fast als Kind keine Chance an Alkohol vorbeizukommen. Wenn du einem kleinen Kind ein alkoholisches Getränk hinstehen würdest, ein Wein oder ein Schnaps oder ein Bier, das spuckt es aus, weil es merkt, das ist Gift. Und wir alle wissen, den ersten Alkohol, den wir getrunken haben, war entweder ein Feigheitsalkohol, nämlich sprich ein Rewisselwein oder jetzt diese Alkoholpops, wo es sehr viel Frucht zahlt, mit ein bisschen Wodka, aber ein Obstler oder viel Rothoff ist dessen, freiwillig. Nein und nimmer. Wenn es aber unter anderem alle machen, das heißt, wenn du angesteckt wirst, du sagst, komm, scheiße, da trinke mal, und dann bist du dabei. Und wenn du weißt, und da bin ich hundertprozentig überzeugt, ohne irgendwelche Zahlen zu kennen, dass der Alkoholkonsum und der Alkoholverbrauch in Österreich mehr Schaden anrichtet als Covid oder das SARS-Virus. Hundertprozentig. Allein Verkehrsunfälle, Kinderdickhauten, einfach so von einem Vorder, alles zusammen. Da könnte man was machen. Da könnte man sofort was machen. Aber das passiert nicht. Aber es ist auch ein Virus. Also darum, diese Verhältnismäßigkeit, was da genau in dem kleinen Segment passiert, zu allen anderen Dingen, die unsere Gesundheit gefährden können, das stimmt für mich überhaupt nicht. Und jetzt komme ich noch einmal zurück auf das, was wir vorgelegt haben. Und genau das Problem sind die in der Mitte. Weil jetzt die, es gibt ja die Fundamentalisten in allen Bereichen. Das gibt es. Das heißt, es gibt die eine, der ganz äußere Rand, ist der, der sagt, es gibt kein Virus. Das ist die Erfindung von der Weltgesundheitsorganisation. In Ihmigkeit, wie der Bild geht es alle impfen. Und in China sind es gestürmt an 5G und nicht der anderen. Das ist die eine extreme Fraktion. Und auf der anderen Seite gibt es die Fraktion, die behauptet, wir werden hunderttausende Tote haben und jeder wird den kennen, der in Corona gestorben ist. Kann man sagen, beide, ja, spielt sich da im Eck mit Lego. Aber, ja, kann man sagen, kann man nicht ernst nehmen eigentlich. Und dann geht es mehr in die Mieten. Die, die ein bisschen mehr, da hinten, die und dorthin, die und da gibt es Gruppen, die davon profitieren, dass es so ist, wie es ist. Das haben wir auch nicht vergessen. Es sind jetzt sicher viele, also, stell dir vor, du hast jetzt einen Handel mit PCR-Tests. Nein? Oder auch so, mit Schlagzeilen für die Medienlandschaft, wunderbar, es ist immer was zu berichten. Also, es gibt viele, die jetzt profitieren, die werden ihre Einstellung zu dem ganzen Thema haben. Es gibt Leute, die wirklich aus gesundheitlichen Gründen Angst haben. Ihr könnt es auch in einem Bekanntenkreis, da ist jemand, der ist über 80, der Mann, eigentlich ein lustiges Kerlchen, der hat eine schwere Herzoperation gehabt, also eine Operation am offenen Herzen. Der scheitzt natürlich an. der geht nirgends hin, wo er andere Menschen jetzt trifft und der hat wirklich Angst. Vollkommen viel. ja, verständlich, weil der ist wirklich ein Treffer. Das ist alles klar. Der schützt sich ja selber, indem man halt den Kontakt so gut es geht meidet. dann gibt es Leute, die auf einer für mich vernünftigen Ebene darüber diskutieren. Kann man auch im Fernsehen manchmal beobachten, nicht auf alle sehen, aber einige doch, Gott sei Dank, wo gegenseitige Meinungen ausgetauscht werden, etc., etc. Dann gibt es Ärzte, die Erfahrungen mit dem Ding gemacht haben, das anderen erzählen können, das weiter erzählen können. Da ist auch ein Unterschied, wo du als Arzt arbeitest, auf was für einer Station unterarzt, wenn du jetzt auf einer Intensivstation arbeitest, wo wirklich eine Zuspitzung war im März mit Patienten, und da Angst gehabt hast, dich selber zu infizieren, wirst du einen anderen Zustand zu dem Ding haben, als jemand, der eigentlich Lungenfacharzt ist und mit so Sachen konfrontiert ist, aber auf einer anderen Ebene und nicht dort, wo es ernst wird, sondern einfach, ja, genauso wie zum Motorortfahren kann man unterschiedliche Einstellungen haben. Wenn ich ein Unfallchirurg bin oder einer, der mit Christophers fliegt als Pilot, habe ich eine andere Einstellung zum Motorradfahren als einer, der mit dem Motorrad verkauft. Weil der sieht nur, Motorradfahrer ist gleich Kundschaft. Der sieht all das Leute. Einer, der es verkauft, sagt, hey, das ist ein super Geschäft. Das Ding ist ja nicht dasselbe, es geht immer um den Zustand, den ich dazu habe. Dann gibt es Leute, die Maßnahmen zum Beispiel, ich rede jetzt wirklich so, was ich kenne in meinem Umfeld, die es für richtig halten. Ja, wenn das einer für richtig wird, ja, ist okay. Dann sagt, nein, der Staat wird schon wissen, was er macht, es wird Gründe haben, wir wissen ja nicht, wie gefährlich und so. Ja, okay, ist so. Ja, die gibt es. Dann gibt es Leute, die das kritisch sind und das auch sagen. Ja, die zu Demonstrationen gehen, ja, sie nicht nur ORF-FD anschauen, sondern vielleicht andere Sender oder andere, andere Interviews online anschauen, die sich einfach wirklich breit informieren wollen. Die gibt es, ja, und dann gibt es einen ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung, die über die Maßnahmen motzen, naja, ja, ja, es aber nicht sagen, nirgends sagen, weil sie nicht anecken wollen, weil sie keine Schwierigkeiten haben wollen, weil sie sich fürchten, den Job zu verlieren, nicht mehr geliebt zu werden, weil die Frau anderer Meinung ist, bevor er ist, und das ist diese große Masse der Hinnehmer, die das hinnehmen. Es gibt sicher die, die das lieben, das jetzt in einer Position, in der sie nie waren. Ja, die Blockwarte jetzt, die die andere auszahlen, die endlich sagen, die Maske, sonst nix im Leben, nirgendwo irgendwas zum Reden haben, jetzt darf er wenigstens sagen, Maske, die Flick, ja, die gibt es auch, ja, aber der Großste ist die, die sich denken, pff, ja, dann setzen sie mal die Maske auf und dann irgendwann die Maske, die sie da hängen haben, mitspülen, ja, und nix dagegen sagen. Dass es eine Großheit der Bevölkerung macht, das wissen wir. Aber es gibt eine gewisse, eine gewisse Gruppe, von denen ich mir mehr erwarte. Das sind erst einmal Journalisten, das sind die Intellektuellen dieses Landes und das sind auch die Künstler. Und da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dass gerade so mein Zunft, die Hofnarren, ja, gerade bei dem Thema zum größten Teil das große Schweigen herrscht. Keine Position oder keine Meinung veröffentlichen, nichts. Das Einzige schreien noch mehr Geld. Aber das machen die anderen auch. Und das ist kein kritischer Zugang zu dem Thema, das hilft dann niemandem weiter. Beherrscht da die Angst, dass man sich selber nachteilig dann Schaden zufüllen könnte? mittlerweile ist es glaube ich so, dass es jetzt nicht wirklich um einen materiellen Schaden geht, weil den haben wir sowieso alle in unserer Branche. Also es ist ganz egal, das Thema ist ruhig. Ich weiß, wie es jetzt bei mir ist, du bist Musiker, du weißt auch, wie es ist. Also da, ja, das Thema ist ruhig. Lockdown sowieso, aber auch jetzt, dass ein Vorverkauf stagniert, kann er trotzdem mehr raussehen. Klar, ich trage mich auch nicht für Dezember jetzt irgendwo Karten kaufen, wenn ich nicht einmal weiß, ob der Stoff findet. Das ist alles logisch. Und die Leute haben jetzt auch andere zu suchen und besser ist zu tun. Ja, das ist also uns, unsere Branche hat es auch sehr hart getroffen. Der Firma ist unser Schenzel, eben. Ist ja wurscht. Ja, also es ist, also es ist, also nicht die Angst vor dem, dass einem Materiel was entzogen wird. Es ist glaube ich auch nicht die Angst der Liebesentzug oder so in dem Sinn. Es ist glaube ich auch nicht bei den meisten, sondern es ist einfach dieses, ich will nicht schlimm sein. Jetzt sage ich es ganz blöd. Was wir momentan erleben, ist so für mich die Revolution der Braven. Die sind alle so furchtbar brav. Schau wie, also schaut er unsere Politiker, der Herr, der Herr Kurz, der Herr Blümel, die sind alle so brav, die sind total brave, anständige Schwiegersöhne. Das ist genau das, was sich die Mama wünscht. Die sind so schön ausgesprochen. Das ist so, ja, überall sind brave Menschen, die schon vorher alles richtig machen wollen. Ich weiß nicht, wo das ein Junge, wo man denkt, was ist denn jetzt, Freunde, ein bisschen schlimm sein dürfen wir schon noch. Jetzt sagen sie, sicher welchen, ja, da geht es um die Gesundheit, wie kann man so was sagen? Nein, da geht es nicht um die Gesundheit, da geht es um eine gesamte Entwicklung, die jetzt in eine Richtung geht. Dieses, ja, keinen Fehler machen, alles richtig machen und dieser Prozess dauert ja auch schon lang. Es geht, schon sehr lang passiert es, dass den Menschen immer vor Dingen immer mehr Angst gemacht wird. Also diese Sicherheit, wie wenn es in irgendwas eine Sicherheit gäbe, dieses Vorgaukeln von Sicherheit, ja, gelbe Schutzweste tragen, ja, Stutzen beim Radfahren, also, das, die Kinder wachsen damit auf und was noch dazu kommt, dass du, wenn dann was passiert, sicher jemanden findest, den du verantwortlich machen kannst und klagen kannst. Das heißt, also, da geht es wieder weg von der Eigenverantwortung. Ich glaube, dass viele sehr dankbar sind, dass einer am Freitag, wer sagt, was am Montag machen dürfen, weil da müssen sie nicht mehr selber nachdenken. Ich meine, da wer was abnimmt, bist du entlastet. da schwingen, glaube ich, irrsinnig viele Sachen mit. Und das ist etwas, wo, weil ich noch am Anfang, am 20. März, gerade, du hast mich jetzt gut damit, weil, bei mir hat sich relativ wenig geändert, Egoist bin ich auch, meine Schulter ist he, ich bin eh, wenn man nicht spielen muss. Es war eigentlich alles gut. Nur jetzt, ich merke schon bei mir auch, dass ich so, 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 jetzt möchte ich gar nicht mehr auf die Straße gehen manchmal. Also ich merke, dass ich mich immer mehr zurückziehe. Und, ja, ich sage auch in der Öffentlichkeit gar nichts mehr dazu, nur im Freundeskreis, weil es ist furcht, auch wenn du es, ich probiere es ja eh relativ nüchtern und zu sagen, ja, und ohne irgendwen zu beschimpfen und niederzumachen, was die meisten ja nicht machen, nicht, weil für die meisten ist da, entweder sind die, die keine Masken aufhaben, Arschlecher, die, die Masken aufhaben, sind Vollidioten, die Corona-Idioten, wie Corona-Covidioten, Covidioten so heißt, ja, also das ist, das ist ein Kampfbegriff, man hakt sich gegenseitig nieder und ich weiß nicht, wo soll das hinführen, das ist ja nicht so, dass es dann nachher vorbei ist, das bleibt, das bleibt, das ist das, was zurückbleibt, was bei der Wirtschaft für Schaden zurückbleibt, das wissen wir nicht, das werden wir erst in ein paar Jahren vielleicht wissen, aber, also das wird nicht ohne Schrammen uns vorübergehen, das ganze Ding, wenn du da so davon redest, ich fühle mich da auch gleich total angesprochen, weil ich selbst mit meiner Corona-Spezial-Talk-Reihe beim Roten Stuhl, ich habe dann auch oft überlegt, naja, irgendwie, welche kritische Frage kritisch sind, einfach, welche Frage darf man laut stellen, also, und bei mir geht es gar nicht darum, dass man irgendwie sagt, Corona gibt es nicht, nicht einmal anhören, sondern einfach nur, ich habe so ein Bauchgefühl, dass irgendwas komisch rennt, aber selbst das anzusprechen, überlegt man sich heutzutage schon zehnmal, um dem Shitstorm irgendwie auszuweichen, das ist voll arg eigentlich, das heißt, wenn du irgendwas sagst, dann gehörst du zu denen, oder wenn du mit jemandem redest, also, das habe ich auch schon erlebt, bei meiner gültigen Stimme, die ich bei Sendung gehabt habe, auf PULS 4, das ist gültige Stimme, wo ich versucht habe, total unterschiedliche Menschen, mit total unterschiedlichen Positionen, aus unterschiedlichen Welten, allen die gleiche Frage zu stellen, also vier Fragen, die erste, was ist ein gutes Leben, was läuft falsch, was braucht es momentan, und wie wird man eine gültige Stimme, das waren so die vier Fragen, die hat jeder bekommen, und ich habe dann wirklich alles sitzen gehabt, also vom Abt von Herzogenburg, bis zu ultralinken Zeitungsherausgebern, bis zu konservativen, rechtskonservativen Menschen, die dort sitzen, ja, alles, das war total bunt, und für mich war es total schön, mit so unterschiedlichen Menschen, Sportlern, Musikern, Chemikern, also wie total sowas von bunt, ja, natürlich sind die immer auf ihr Thema gekommen, logischerweise, ja, ich habe gerade Chris als ersten Gast bei mir gehabt, ja, und dann habe ich mir gedacht, weil ich es spannend gefunden habe, ich lade das an Andreas Bob, und der ist zusammen mit der Eva Herrmann, ja, man nennt ja so die neue Rechte, was aus meiner Sicht überhaupt nicht stimmt, ja, man kann von ihnen halten, was man will, und die habe ich auch eingeladen zu mir, und mehr habe ich nicht gebraucht, das ist schon irgendwie so, der Herr Oberascher, hat der geheißen, vom Kurier, der hat sofort dann im Meter Gespräch mit mir, wie das geht, wie der Sender das zulassen kann, dass man den Rechten eine Plattform gibt, wie viel Linke dort, das ist alles, das ist voll gekommen, was ist denn da los mit uns, geht es uns noch, ja, oder muss jetzt wirklich einmal ein Punkt kommen, wo wir wirklich dann endlich andere Suchen wieder haben, dass wir wieder ein bisschen runterkommen und uns mit dem beschäftigen, was wirklich wichtig ist, also das ist, das ist, gut, ich habe das Glück, habe ich glaube ich schon einmal gesagt, ist der Ruf runiert, lebt er sich anscheinend, ich habe sowieso immer Gas gegeben, und ich polarisiere sowieso, manche finden mich super, manchmal sagen wir das auch, ich habe da voll drunter, ich mache wieder eine Ultralinke für andere, eine Neonazi, es ist vollkommen wurscht, also ich kann eh sagen, was ich will, weil ich bin unabhängig, so gut es geht in meinem Leben, ja, dann kann ich mir das leisten, aber für andere ist das vielleicht nicht so, die wollen halt, die haben halt Angst davor, nämlich genau die Angst, dass ihnen das passiert, diese Kontaktschuld zum Beispiel, du hast ja irgendwo einmal etwas gesagt, ja, mit irgendwem, da gibt es ein Foto, da bist du mit dem, wieso mit dem, das ist doch so einer, oder so einer, also da passieren jetzt wirklich Sachen, und das ist noch ein Thema, was ich kurz ansprechen möchte, im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte, über das auch nicht geredet wird, ja, das ist Geschwindigkeit. die Beste hat 20 Jahre gebracht in Europa, dass sie sich verbreitet hat, die Spanische Grippe, obwohl das das erste Mal in der Weltgeschichte so war, dass die Welt noch nie so vernetzt war wie zuvor, dadurch, dass es eine klare Front gegeben hat, dass von Transporte, Menschen, Warentransporte stattgefunden haben, bis in die Kolonien, etc., etc., dass es eine irre Bewegung war, in eine Richtung und Vermischung, ja, hat die Spanische Grippe trotzdem ein paar Monate gebraucht, ja, und jetzt ehrlich, das SARS-Virus, das ist gegangen, vor ein paar Tagen war das ein weltweites Phänomen, also die Geschwindigkeit, ja, und jetzt kommt die menschliche Hybris dazu, dadurch, dass wir diese Geschwindigkeit in vielen Bereichen gewohnt sind, glauben wir auch, wir machen das und das ist wieder weg. Das geht aber nicht. Das spielt die Natur nicht mit. Also, diese, also, ich verspüre eine unglaubliche menschliche Hybris, eine wirkliche Überheblichkeit der Natur gegenüber, alles ist machbar, das hat auch sicher mit der schlechten Seite des Humanismus zu tun, dass wir glauben, wir sind die Götter eigentlich, wir sind die Gestalter von allen und wir können das auch, weil wir irrsinnig viel umbauen und gestalten können und das wird eigentlich dann noch mal so entfinden, wobei momentan überhaupt keine Tendenz ist, also es geht eher noch weiter, glaube ich, also, länger aktiv bleiben zu können, nicht mehr krank zu sein, also, dieses ewige Leben, sozusagen, ist so ein strebender Menschheit sicher, aber, ich glaube, das wird uns irgendwann einmal in irgendeiner Art und Weise auf den Schädel fallen. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass das gut ausgeht, irgendwann, also, das heißt nicht, dass es dann ganz schlecht wird, aber es wird auf jeden Fall, so etwas kommen müssen, wie eine kleine Knarrquatsch, damit es uns wieder ein bisschen erdet, weil wir sind vollkommen denaturiert, da muss man schauen, was wir fressen, da, jetzt, von der westlichen Welt, die Amerikaner fressen noch mehr scheiß, der größte mehr, darum sind die ja viel mehr bedingt mit dem SARS-Virus, die haben ja eine ganz schlechte medizinische Versorgung und schau, wie die alle ausschauen, ja, das ist so viel Übergewichtiger wie dort, also, weißt du schon mal drüben in den Staten, ja, wenn du da rein gehst, in einen Maike, dann kriegst du, glaube ich, zwei Liter Cola-Becher, denkst du, für wen ist das jetzt, das ist alles, ja, verrückt, das ist eine andere Welt, ja, aber, wir sind halt wirklich eine vollkommen denaturierte Gesellschaft, haben einen vollkommenen Bezug zur Natur verloren, klar, es gibt so kleine Nischen, die daran arbeiten, emsige Bio-Bauern, es gibt Leute, die gar nicht Lebensmittelgeschäfte haben, am Markt Sachen verkaufen, aber das ist nicht die Masse, die Masse geht in eine ganz andere Richtung, ja, und jetzt kommt zur Denaturierung noch etwas dazu, was mich ausschaut, ist die Entmenschlichung, das heißt, dass wir uns von anderen Menschen, also wir erhalten immer mehr Abstand zur Natur, wenn, dann benutzen wir sie als Freizeitspektakel oder als Ressource, um irgendwelche Rohstoffe rauszuholen, aber diese Verbindung mit etwas, was größer ist als ich selber, in einen Wald reinzugehen und einfach zu spüren, was ist das eigentlich, wo du da in einem Film, ja, ich kann das Gott sei Dank, ja, und es gibt auch sehr viel Kraft und man fühlt sich dann nachher gesünder, als man reingegangen ist, aber für den Großen ist es so, Freizeitgestaltung, also Natur ist, da haben wir jeglichen Bezug verloren, in der breiten Masse, und das Nächste ist, dass wir das Miteinander, das Menschliche, das hat sich auch so langsam entwickelt, es geht auch nicht von einem Tag auf den anderen, nur jetzt beschleunigt sie sich, es hat angefangen mit den riesigen Gemeindebauten, wo du die Leute im Haus gar nicht mehr kennst, irgendwann einmal, wo du gar nicht mehr aus dem Haus gehst, es hat foliertiert, weil es keinen Gang mehr gibt, der Sinn von einem Zinsaus war der Gang, wo man sich getroffen hat, wo die Persena waren, wo man das Wasser geholt hat, wo man getrutscht hat, wo man gekuscht hat, wo man es einem schlecht geht im Haus, fragen hat keiner, brauchst du Hilfe, die Kiezer ist jetzt nicht mehr, es ist verschwunden, und jetzt durch den Lockdown, dieses Online-Kommunizieren, mit Zoom und was weiß ich, als Zoom-Unterricht, und so, das geht, das hat das auch natürlich noch befeuert, und wenn wir dann noch alle das vom Gesicht haben, das ist, ja, das ist schon ein ganzer komischer Zustand, du hast ja gerade gesagt, du hast das vom Gesicht, du hast ja auch zwei ziemlich coole Varianten, von deinen, naja, klar, man muss ja, ich habe das Glück, ich bin Motorradfahrer, daher habe ich ja praktisch mein Schutzschild, also wenn es heißt, haben Sie eine Maske, sage ich, Moment, und tun wir das runter, ja, das ist die eine Variante, die funktioniert recht gut, weil das eh oft Aufwand hat, wenn wir da unterwegs sind, ja, und die zweite Variante ist die, die funktioniert auch sehr gut, also das ist für mich sehr gute Maske, weil ich kann frei atmen durch, habe kein Problem damit, es behindert mich nicht, es bietet ja nicht mehr Schlaz da drinnen, weil das eh sehr porös ist, und es gehen genauso viele Viren wahrscheinlich durch, wie bei einer Stoffmaske, weil die Viren sind, man braucht ja nur, sie brauchen ja nur mit der Stoffmaske, jetzt wird es eh bald kalt, so ein Fenster gehen und machen, sie werden schauen, was sie da auf der Scheibe sind, unglaublicherweise Aerosole, ja, und das funktioniert, das ist vollkommen sinnlos, also vollkommen nicht, weil es ist ja, die Pflicht ist ja erfüllt, sozusagen, und das Symbol im Gesicht, und alle sind befriedigt, ja, bis jetzt hat mir keiner was gesagt, und ich sage, Moment, da ist das nix, das ist es, ja, ja, ja. Roland, hast du gar keine Angst, irgendwie, vor, solchen Rückmeldungen, die zum Beispiel dann, bei so einem Gespräch kommen könnten, bei so einem Interview, beschäftigt dich das gar nicht, kannst du das völlig ausblenden, wenn wir vorher darüber gesprochen haben? Du meinst, dass irgendwer dann bei mir, bei der Tierstelle angeläuft, und wie hauen wir, oder was? Kommentaren, oder? Na, Kommentaren, das ist ja nix. Ja. Also, wenn ich das hätte, wenn ich in meinem Leben, jetzt mache ich meinen Job seit Mitte der 80er Jahre, wenn ich über Kommentare oder Kritiken, die über mich geschrieben werden, eine Bedeutung gebe, indem ich mich damit in Resonanz gebe mit dem, ja, na, da war ich ja ein Körper, der war als Vigeralkoholiker, da war als Vigeralkoholiker, oder irgendwas, nein, aber ich bin da relativ neutral, ich tue das, was manche Lobhudeln tun, nimm mich nicht ernst, und ich nehme das andere auch nicht ernst, das ist das, was es ist, ja, okay, also das ist mir vollkommen urscht, das ist ja, weil das, du leidest ein bisschen drunter, gell, wenn bei deinen Videos drunter dann irgendwelche Kommentare sind, ja, also, bei den Glaseeckl, wie sie dann angefangen haben, zu niederhocken, wie kann man nur, da hast du dritte, wo hast du dich geknickt, ich kann nicht behaupten, dass man mich nicht ausgeholt lässt, also, man gewöhnt sich daran, über die Jahre natürlich, gell, was dir vielleicht hilft ist, wenn du sowas liest, sagt einfach, die Person, die da screamer, die sagt nichts über mich, die sagt was über sich selber, die erzählt mir jetzt was von sich selber, das ist eigentlich das Beste, wenn eine Person, das schimpft, der erzählt mir jetzt gerade, was er ist, das ist, ja, das ist, natürlich, wenn man vor der Tür steht, das ist unangenehm, da muss man dann handeln, aber sonst habe ich mit dem eigentlich kein Problem, ja, schön, also, wenn man das jetzt sozusagen mit sich selbst da so im Reinen ist, so im Reinen, nein, so im Reinen bin ich auch nicht, ich habe auch viele Sachen, wo man denkt, oh, das kommt mir jetzt nicht so gut, und so habe ich gerade gesagt, also jetzt, so wie das momentan alles so, denke ich mir erst, puh, ja, also ich spüre, ich spüre einfach eine sehr, sehr negative Energie rundherum, in ganz, ganz vielen Bereichen, eine wirklich sehr, sehr negative, destruktive Energie, ist lustig, dass du das sagst, von beiden Seiten, ich habe das, ich habe das aber gesamtheitlich, ich habe noch nie so ein komisches Gefühl gehabt, in meinem Leben, wie jetzt in der aktuellen Zeit, jetzt kann man sagen, na gut, bist du ja schon beschäftigt, dich nicht damit, aber man entkommt immer nicht, du siehst das ja, das ist auch wieder ein Effekt, dieser Maske, und dem ganzen Verhalten, man sieht das ja, du entkommst dem eigentlich nicht, und wenn du immer irgendwelche Regeln, Regeln kriegst, die du vielleicht gar nicht selber weißt, weil es hinterfändisiert, dann sagt es dir irgendwer, ja, und das Schlimmste für mich sind eigentlich Menschen, die anderen sagen, was sie zu tun haben, das ist so für mich das Schlimmste, ja, so in einer Beziehung, oder in einer Freundschaft, oder einfach von einer Institution, wie es halt jetzt passiert, die sie dann übertragen, auf Einzelne, die das dir dann auch sagen, die dir sagen, was gut für dich ist. Im zweiten Gespräch, das gehört nicht mit den Autoritäten. Also mit den Autoritäten, ja, aber wie geht es, das ist einfach, aber das ist auch etwas, was ich, vielleicht war das früher auch so, nur man hat es nicht so wahrgenommen, weil es nicht so viele waren, und es nicht so viele Möglichkeiten hatten, aber wenn du jetzt Internet aufmachst, es gibt wahnsinnige Gefühle, die dir die Welt erklären. Ja, genau die Wahrheit, wenn man schon bei einer Seite steht, die ganze Wahrheit, ja, die Wahrheit seid, da denken wir schon, um Gottes Willen, das ist, also da, die dir sagen, wie die Welt ist, und das ist es, ja, das ist ganz was Schreckliches, weil es ist ja so, dass, wenn wir jetzt sagen, es gibt diese beiden Fronten, ja, das eine, der Psychiater, der Ponelli, Raphael, beschreibt das sehr schön, das eine sind die Gesundheitsapostel, das andere sind die Freiheitskämpfer, auf der einen Seite, ja, und die anderen werfen den anderen auch verhalten vor, die anderen den anderen auch wieder verhalten, und sie haben ja beide dasselbe verhalten, und sie merken es nicht in Wirklichkeit, nämlich, kein links, kein rechts, das ist so, und einhocken, 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 Ich habe mir, wie diese Berlin-Thema, die große war, das war schon ein Orgesereignis eigentlich, hat es so Live-Berichte gegeben, wo Leute mit Kameras, so wie du halt privat deine Sachen machst, nicht als Institution, sondern als Bernhard Wiegers, deinen kleinen Blog hast, waren dort viele, die da durchgegangen sind, da habe ich zugegeben, auf einem Blog, der ist da durchgegangen, das herzeigt, nur hat der immer gequatscht, der hat da immer gequatscht, hat er gar nicht gebraucht, hat nur die Kamera, und da haben wir immer alles erklären müssen, auch, das ist eine Art Idee, nur zusätzlich die Selbstdarsteller, das ist eine ganz schlimme Fraktion, da gibt es auch genug, auf beiden Seiten, und der sieht auf einmal ein anderes Kamerateam, das war eine schöne, große Mühe, also eine professionelle Kamera, ein Redakteur offenbar, und der Don Assi, sind da durchgegangen, haben gefilmt, und er fragt, von wo sind sie, und jemals hat Spiegel davon, und auf einmal fangt er die zu schimpfen, Lügenpresse, schauen Sie, was Sie anrichten, mit Ihrem Bild, und so, also, da denke ich mir, geht es noch, also, beide Seiten sind derartig geteppert, ja, und, ich, ich, ich kann gar nichts dazu sagen, eigentlich, weil das ist, ja, nur das einzige Problem ist, also nicht das einzige, sondern das einzige Problem ist, ist eigentlich die eine Seite, ja, also die, ich nenne es jetzt die angepasste Seite, ja, den Denk, den Denkvorgaben angepasster Seite, viel bessere Strukturen hat, viel mehr Möglichkeit, als die andere, das macht eigentlich die andere Seite extrem zornig, darum gehen dann solche Ausraster, und auf die Ausraster braucht die andere Seite noch warten, es ist ganz einfach, die brauchen nichts tun, die brauchen nur, bei einer Demonstration, wo tausende Menschen sind, findest sicher, innerhalb von fünf Minuten, irgendein Volltrottel, der irgendwas in die Kamera sagt, und den brauchst du, danke, draufhalten, rausgehen, es ist alles gesagt, ja, du brauchst, den Idioten, und die kommen, du hast sicher nicht zu so Veranstaltungen, das ist leider so, aber wenn das Ding sinnvoll ist und gut ist, es kommen dann immer, ich habe das kennengelernt, ein paar Mal, im Zuge von Veranstaltungen für Tierschutz, ja, weil, ich bin kein Vegetarier, ich isse Fleisch, du weißt eh, wie das hält, ja, ich bin ein totaler Gegner von Massentierhaltung, und ich habe die Art, wie wir mit Tieren umgehen, und mit welcher Respektlosigkeit, ja, und jetzt sitze ich auf einer Bühne, und da sind die Tierschützer, und dann sage ich etwas, das Jagen eigentlich, was halt noch Humanes ist, mehr brauchst du nicht, die haken die nieder, ja, da ist um Gatterjagd gegangen, ja, also, was was eine Gatterjagd ist, das ist eine Gatterjagd, wenn jemand eine große Eigenjagd hat, also wie ein riesen Grundstück, ja, dann hat er sozusagen das Recht, das einzuzäunen, mit so einem Weidezaun, und die Fieger, die da drin sind, die leben da drinnen, das heißt, der ist in seinem Gatter, und kann das einfach, wir reden jetzt von, jesnig viel Hektar Land, da leben Wildschweine, alles drinnen, und da drinnen wird bejagt, ja, deshalb, jetzt sagen die Tierschützer, naja, das ist ein Witz, weil die sind eingesperrt, die können nicht flüchten, ja, nur, den großen Vorteil, den die Fieger, da drinnen haben, die werden von keinem Auto zusammengeführt, 30 Prozent der Wildtiere, also Rehe, ja, Rotwild, ja, fällt nicht dem Jäger zum Opfer, sondern im Straßenverkehr, und das, wer das auch mehr erlebt hat, wenn ein Reh angefahren wird, das leider überlebt, und dann schwer verletzt, irgendwo elendlich zugrunde geht, der müsste eigentlich sagen, bitte baut sich ein Gatter, Mörder, aber da ist, da gibt es keinen Zugang zu diesen Menschen, das kann sein, nein, 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 das sind die Mörder, die Argumente von den Mörder, da gibt es keinen, da gibt es, das ist so emotionalisiert, das Geld, und das ist in ganz vielen Bereichen, wir sind so aufgeladen, dass es ganz schwer ist, da irgendwie durchzukommen, also entweder, man probiert es halt, so wie ich halt mache, dass ich probiere, relativ unaufgeregt, schon mit Verwunderung, das zu betrachten, aber unaufgeregt, so gut es geht, und nicht jetzt hysterisch, da eine Brandrede halt, gegen die Trotteln von der Regierung, und überhaupt, die Einschöber, Volksschlehrer, ausgabten, und alles, nein, das macht auch überhaupt keinen Sinn, aber leider, passiert das halt in der Mehrheit nicht, wir werden schauen, am 24.12. werden wir eine Weihnachtsrückschau halten, schauen wir, ob wir wirklich in der 24. machen, schauen wir weiter in der Gegend, naja, wir können es ja so machen, wir machen es genug vorher, und am 24.18 Uhr, haben wir es ausgeschenkt, wenn es überhaupt noch was zu sagen gibt, und wenn es überhaupt noch wem interessiert, weil es kann ja auch so sein, dass die Bevölkerung sich Interesse daran verliert, an dem Thema, dass sie sich gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Wird jetzt auch schon spannend. Ja, wenn wir schauen, für das Gespräch, Roland, jedenfalls danke für das Nummer, jetzt haben wir den versprochenen Teil 3, ja, aufgenommen, und hat voll Spaß gemacht, wieder, und mir auch immer, bin echt gespannt, wie die Reaktionen sind, es gibt ein Kommentarfeld, lassen Sie sich aus, schreiben Sie sich aus, wenn es Ihnen gut tut, sagen Sie uns, und Sie nicht verfehlen, ja, Leute, danke fürs Zuschauen, Roland, danke fürs Gespräch, gerne, es war großartig, macht es gut zu Hause, ciao, fitsport. beensport. Untertitelung des ZDF, 2020